ja hallo und willkommen zurück zu wc 23 ja ich bin ja in woche 23 habe ich aufgehört bevor ich hier weiter spiele noch mal eben eine kleine bitte an euch um mein kanal ein bisschen zu pushen und was für den algorithmus zu tun einfach mal liken und ein abo da lassen und war mal kein aber auch noch ein bisschen liebe und das wäre schön wenn ihr das unterstützt und dann wäre das alles schon schön ja so viel erst mal dazu muss ja auch mal erwähnt werden und ja man fängt ja auch mal klein an ja so dann wie das hier mal weiter ich hatte ja hier aufgehört so was hatte ich da also für die vierte oder besser ja okay was ich da jetzt geschafft habe weiß ich nicht was haben wir hier also hier ist woche 23 was ist das das ist wieder so ein 4 junio wc auch so okay ach so das muss ich also fahren ja ach so das ist also dann schon wieder was wichtigeres ach so das ist der junior wc championship ok in italien sardegna ok da bin ich momentan zweiter ja gut denn was für zwei kinder wochen angriff will ich ja auch ich will ja auch die junior weltmeisterschaft gewinnt so ja das ist aber meint ein wiegelchen was wir natürlich nehmen und dann starten wir hier mal hallo ich bin lena fandemars und willkommen zur dritten runde der fia world rally championship sonne meer und sand sind die worte des tages hier ja rally italia sardegna wir kommen das event hier ist wirklich hart die oberfläche hier ist sehr rau und verlangt reifen und wagen viel ab wir müssen beides im blick behalten okay ja ich glaube ich muss sowieso erst mal ein schickto machen weil sonst kann ich wieder nicht an start gehen also machen wir das erst mal so ja wie fahr ich denn mal als erstes ich glaube ich fahr erst mal in der komplett ansicht genau ist ja schon an perfekt gut dann würde ich sagen 5 4 3 2 1 scharf rechts kuppe mittel rechts scharf links leicht rechts sprung einfach rechts über kuppe einfach links über kuppe langsam mittel rechts leicht links über kuppe langsam achtung scharf links über kuppe kuppe langsam mittel rechts mittel links über kuppe aufgedish und einfach rechts durch senke langsam kuppe scharf links einfach rechts auch links YOU aber Y Achtung! Scharf rechts! Einfach links! Achtung! Zieh! Boah, ey, das ist vielleicht eine Klöderstrecke, ey. Ja, müsst ihr entschuldigen, dass ich da so umgeeichert bin, aber... Alter, der Wagen ist von einer Seite zur anderen Seite immer so ausgebrochen. Ich denke mal, da war ich direkt in der Fahrspur drin. Es läuft. Also, das ist ja mal... richtig... lustig. Oh man, das kann ja was werden. Na gut, wie viel Kilometer? 7,6. Oha, das werden, glaube ich, so vier Minuten werden das wohl werden. Vier, fünf Minuten. Da sind wir und diese Crew ist bereit für ihre erste Etappe des Events. Die beiden werden versuchen, eine schnelle, aber auch kontrolliert sichere Zeit zu fahren, um stark in den Tag zu starten. Ich habe gerade gesehen, die haben aber sechs Minuten gebraucht. Das ist noch länger. Eieieiei, ja gut, gucken wir mal. Gut, Knut, dann mal los. Los. Vier, drei, zwei, eins, go. Scharf rechts, Kuppe. Mitte rechts. Scharf links. infach rechts über Kuppe. Langsam. Einfach links über Kuppe. Langsam. Oh, ich bin immer in der Fahrschwurze. Achtung, scharf links über Kuppe. Kuppe, langsam. Kann ich anlegen. Mitte rechts. Mitte links über Kuppe. Einfach rechts. Kuppe. Mitte links. Und einfach rechts. Durchsenke. Langsam Kuppe. Scharf links. Einfach rechts. Achtung, scharf rechts. Einfach links. Achtung. Das kann nicht angehen, ey. Einfach rechts. Der Bruch kann nicht hin. Der lenkt einfach nur an. Wo kann ich hin? Bremsen. Und leicht rechts. Mitte links. Schneiden. Kuppe. Einfach rechts. Mitte rechts. In scharf links. Leicht links. Kuppe. Einfach rechts. Und leicht rechts. Leicht rechts über Kuppe. Mitte links. Mitte links. Kuppe. Kuppe. Langsam. Mitte links. Schneiden. Boah, der zieht einfach zur engen Seite hin. Ich kann gar nicht gegensteuern. Kuppe. Schöne Kuppe. Schöne Kuppe. Langsam. Mitte links über Kuppe. Scharf rechts. Leicht links. Boah, mein. Das kann nicht sein. Und leicht rechts. Scharf links. Schneiden. Boah, das ist ja richtig schlimm hier. Bitte rechts. Bitte rechts. Einfach links über Kuppe. Bin leicht rechts. Achtung. Leicht rechts. Einfach links über Kuppe. Mitte rechts. Bin leicht links. Kuppe. Einfach rechts. Mitte links. Leicht schneiden. Leicht schneiden. Einfach rechts. Langsam. Scharf rechts. In scharf links. Und scharf rechts. In einfach links. Mitte rechts. In leicht links. Mitte links. In Mitte rechts. Leicht rechts über Kuppe. In einfach links. In leicht rechts. Langsam. Mitte rechts. Kuppe. Einfach links. Achtung. Kuppe. Mitte rechts. Leicht schneiden. Leicht links über Kuppe. Oh, Junge. Oh, Junge. Du kommst zu dir, Mann. In einfach rechts. Oh, diese Fahrrinne hier, ey. Kuppe. Die ist kacke. Das ist eigentlich schon unfahrbar hier. In einfach rechts. In leicht links. Kehre rechts. Kuppe. Und einfach links. In scharf links. Achtung. Achtung. Mitte links. In Mitte rechts. In scharf links. Einfach rechts. Kuppe. Und Mitte links. Scharf rechts. Und scharf links. Und einfach rechts. In scharf links. Einfach links. In Mitte rechts. In Mitte links. Und scharf links. Und scharf links. Oh, mein Gott. Scharf rechts. Kuppe. Langsam. Kehre links. Verdeckt. Kuppe. In Mitte rechts. Leicht links über Kuppe. Langsam. Überziehe. Kuppe. Und leicht links. Und scharf rechts. Okay, das ist eine Zeit von sechs Minuten. 28,9. Oh, Leute, Alter. Alter, ey. Also diese Fahrrinne, die da ist. Ey, das ist ja wohl voll Kacke. Das ist ja mal richtig übel. Heftig. Immerhin vierter. Alter, ey. Was geht denn hier ab, ey? Das ist ja wohl mal richtig heftig. Ja, ey, Alter, ey. Alles klar. Guck mal, wie tief diese Fahrrinne ist. Und da ist das Auto dann drin. Und immer wenn ich da dann so ein bisschen gegen lenke, dann wubbelt der zur anderen Seite. Denn zur anderen. Hier, so wie da gerade man eben sehen konnte. Heftig. Das ist echt unglaublich. Gut, nächste Etappe. Komm, weiter geht's. Worum ich da jetzt keinen Ton hatte, weiß ich auch nicht. Aber scheinbar wohl in der Wiederholung so zu sein. Okay, ein paar Dellen und Kratzer. Ich schätze, du hattest ein paar Begegnungen mit ein paar Ästen. Aber zum Glück scheinen keine wichtigen Teile beschädigt zu sein. Ach, ja, super. Komm, dann machen wir schneller und das hier. Ja, eigentlich... Ach, weiß was, ey. Hier, komm. Mach das lieber. So, dann fahren wir jetzt mal in der Cockpit-Ansicht. Das geht jetzt bestimmt voll in die Hose. Aber voll ist voll. Wie wechselt man denn die Wechsel? Ah. Warte mal los. Eins. Go. Einfach rechts. Kuppel. Langsam. Einfach rechts. Mach zu, bitte. Und scharf rechts. Wirben weiter. Käfe links. Sprung. Kuppel. Sofort kehre rechts. Ja, cool. Der Staub da sieht ja geil aus. Mitte links. Mach zu. Scharf. Langsam. Einfach rechts. Kehre rechts. Kuppel. Und scharf rechts über Kuppel. Kuppel. Schmuck. In Mitte rechts. Scharf links. Auf Asphalt. Kuppe. 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 Einfach rechts. Kuppe in Mitte links. Kuppe. Kuppe. Langsam. Abzweigung. Schere rechts. Auf Schotter. Und leicht rechts. Mitte links. Ja, nun. Junge. In Mitte rechts. In Mitte links. Abzweigung. Verdeckt. Scharf links. Achtung. Einfach links über Kuppe. Einfach rechts. Einfach rechts. Boah, das kann doch nicht angehen, Alter. Einfach rechts. Einfach rechts. Einfach links. Langsam. Einfach links über Kuppe. Scharf rechts. Einfach rechts. Einfach rechts über Kuppe. Nicht schneiden. Leicht rechts. Kuppe. Leicht rechts über Kuppe. Langsam. Und leicht links. Und leicht rechts. Und scharf links. In scharf rechts. Einfach links über Kuppe. Kuppe. Mitte links. Kuppe. Kehre rechts. Kehre rechts. Und leicht links. Mach zu. Scharf. Scharf rechts. Einfach links. Kuppe. In Mitte rechts. Kuppe. In Mitte rechts. Mitte rechts. In scharf links. Kuppe. Boah, ich kann nicht immer die Strasse teilweise nicht sehen. Einfach rechts über Kuppe. In leicht links. Einfach links. Langsam. Der Wagen geht von einer Seite zur anderen. Ohne das Gelände kauft. Scharf links. Kuppe. Langsam. Senke. Links über Bälle. Einfach rechts. Gleich links über Kuppe. Kuppe. Langsam. Scharf rechts. Scharf links. In Mitte rechts. In Mitte rechts. In einfach links. Und Mitte rechts. Mach zu. Scharf. Kuppe. Scharf links. Scharf rechts. Mitte links über Kuppe. In einfach rechts. In Mitte links. Kuppe. In Mitte rechts. In Mitte rechts. In Mitte rechts. In Rechts rechts. Leicht links über Kuppe. Nach zu. Mitte. In leicht rechts. In Mitte links. In Scharf rechts. Und einfach links. Kuppe, in Schaf links. Kuppe, langsam. Einfach rechts, nach Zug, Schaf, Schaf links. Leicht rechts über Kuppe. Und Mitte links, in leicht rechts, Kuppe. Leicht rechts über Ziel bis Stop. Okay, das ist eine Zeit von 6 Minuten. Ja, Wahnsinn, cool. Oh, Hammer. Puh, heftig. Wow, mit der Leistung können Sie zufrieden sein. Eine hervorragende Etappe für diese Crew, die Sie in der Gesamtwertung nach oben bringen. Alter, Krawalter. Cool, aber auch nur knapp erster. Alter, ey. Zwischenzeitlich sah es dann mal wieder richtig kacke aus. Oh, Mann, ey. Diese Teams können aufatmen und ihren Platz auf dem Siegerpodest einnehmen, bevor das alles von vorne beginnt. Von Platz 1 bis 3 haben wir der Professor, Brayton und Pellier. Die Sieger lassen sich auf dem Podest feiern, aber es wird nicht lange dauern, bis die Gedanken auf die nächste Runde dieser Championship richten. Ist das cool. Hammer. Hammer. Das mit dem Staub ist schon wieder echt geil. Fein, dass der Staub da auch bleibt. Das ist schon mal cool. Ich muss sagen, die Farbe hier in diesem Dings und ich ist eigentlich wieder zu Ruhe. Vier Junior WLC Championship. Event 3 von 5. Okay. Cool. Sehr schön. Ja. Das ist doch schon mal schick. Ja, dann würde ich sagen, dann mache ich hier wieder ein Cut und dann geht das in Woche... Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich in Woche 25. Ja, dann geht das in Woche 26 denn weiter. Bis denn. Ciao, ciao.